Immer wenn wir sagen, dass dieses oder jenes Sünde ist, dann brauchen wir einen eindeutigen Vers, denn die Bibel sagt, wer die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Gesetzlosigkeit bedeutet nicht, kein Gesetz zu haben, sondern das Gesetz zu übertreten. Das, was das Wort bedeutet. Also Sünde wird vom Gesetz definiert, natürlich von Gottes Gesetz, nicht von deinen eigenen Gesetzen. Ansonsten wirst du Gott vergeblich verehren. Natürlich werden wir niemals so verrottet werden, wie diese Pharisäer, die zum Großteil verworfene Irrlehrer waren, denn wir sind gerettet als Christen, wir haben den Heiligen Geist. Aber das ist trotzdem auch für uns eine Warnung, dass wir eben nicht uns einen Haufen Gebote selbst ausdenken und an andere deswegen verurteilen. Und ich denke, dass es eine Gefahr ist, auch für NFB-Christen gerade, weil wir im Zuge ein striktes Leben führen wollen. Aber wir müssen aufpassen, nicht zu strikt zu werden. In dem Sinne, dass wir einfach einen Haufen Gebote uns ausdenken und dann eben andere verurteilen und das als mit Autorität lehren und sagen, irgendwie, es ist Sünde, Computerspiele zu spielen. Einfach nur mal als Beispiel. Ich habe vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, würde ich meinen Kindern verbieten, Computerspiele zu spielen? Ein eindeutiges Nein. Ich will nicht einfach so jemandem etwas verbieten oder irgendwie sagen, das ist Sünde, wenn es nicht Sünde ist. Wo steht in der Bibel, dass Computerspiele Sünde sind? Diesen Vers gibt es ganz einfach nicht. Natürlich gibt es Prinzipien, die wir uns ableiten können aus der Bibel. Beispielsweise, als Erwachsene sollten wir uns erwachsen verhalten. Nicht wahr? Ich meine, die Bibel sagt, als ich ein Mann wurde, tat ich hinweg, was kindisch war. Also ja, als Mann, als erwachsener Mann sollte man sich als ein erwachsener Mann verhalten. Das heißt, nicht unbedingt vor der Kiste hocken und Call of Duty spielen. Das ist peinlich, ja. Das ist ein Prinzip, das man ableiten kann. Aber heißt es, dass Computerspiele an und für sich Sünde sind? Absolut nicht. Wir müssen aufpassen, nicht in ein übermäßiges Extrem zu gehen, versuchen, übermäßig heilig zu sein. Dann werden wir dadurch unheilig. Wir werden das Gegenteil damit erreichen. Das, was wir bei den Pharisäern sehen, ist nicht etwas, was ich mir ausdenke. Und das ist besonders wichtig für Prediger. Aber wenn man hinter dem Pol steht, dann sollte man besser darauf achten, Gottes Wort zu verkündigen. Und nicht einfach mit Autorität eine eigene Meinung auszusprechen. Natürlich kann man eigene Meinung einbringen, aber dann sollte man dazu sagen, okay, das ist etwas, was ich denke. Das ist meine Meinung. Das ist ein hilfreicher Tipp vielleicht. Aber das ist nicht wirklich Gottes Wort. Das ist natürlich in Ordnung. Aber nicht mit Autorität etwas lehren, was die Bibel nicht lehrt. Die Bibel hat genug Gebote. Belassen wir es dabei. Etwas, was die Bibel nicht als Sünde bezeichnet, ist auch keine Sünde. Punkt.